Hey Leute, kleines Update, was gerade, ihr seht es selber hier vor 6 Minuten bei Twitter von Fortnite selbst gepostet wurde. Wir wussten ja, dass es am Sonntag, am Sonntagmorgen losgehen soll und jetzt hier nochmal offiziell V2200, also die neue Season am 18. September. 8 Uhr beginnt die Downtime, das heißt 8 Uhr geht es, könnt ihr wieder nicht in die Server und so weiter und so fort. Und das Update wird aufgespielt, wir können es dann im Anschluss runterladen. Und hier ist auch schon der erste Hinweis für alle Plattformen, also Xbox, Switch, PC, Playstation, alles was es gibt, wo das Ganze gespielt wird. Ups, warum springt jetzt hier Siri an? Zack. Überall wo das aufgespielt wird, es dauert länger, beziehungsweise ist halt einfach auch größer. Ist klar, weil es eine neue Season ist, das ist also kein Standard-Update, es wird einfach auch viel, viel größer sein. Das ist der Hinweis dazu, fand ich schon mal spannend, aber okay, aber wir wissen jetzt 8 Uhr. Und jetzt kann natürlich der eine oder andere mir sozusagen eingeschlossen sagen, boah, 8 Uhr ist natürlich eine brutale Zeit. Zum einen startet die Downtime da, das bedeutet, ich rechne nicht damit, dass es vor 10 Uhr, 11 Uhr, 12 Uhr irgendwie so in dem Dreh wieder losgeht. Wir kennen das ja aus der Vergangenheit. Mal ging es ganz schnell auf einmal plötzlich, da waren wir alle überrascht, ich auch. Und mal habe ich aber auch schon bis 13, 14, 15 Uhr in einem Livestream gewartet, hey, nichts passiert. Ich weiß, also es ist super schwer einzuschätzen, keine Ahnung, wenn ihr eine Idee habt, haut es gerne in die Kommentare. Aber ich glaube, so 10, 11 Uhr geht es frühestens los, keine Ahnung, will mich da aber auch gerne eines Besseren belehren lassen, wenn es früher ist. Und dann geht die Action ab. Das heißt, es würde auch entspannt reichen, wenn man um 9 und 10 da irgendwie nochmal drauf schaut, sich schon mal das Update runtersaugt und dann war es das halt gewesen. Und, das muss man auch sagen, für uns ist 8 Uhr okay, finde ich noch. Ja, es ist früh und so weiter. Aber, wenn du das jetzt auf Amerika beziehst, weil da geht es natürlich dann auch genauso los, und zwar so gegen, also wenn du 6 Stunden rausnimmst, in der Regel bist du halt bei 2 Uhr. Finde ich, haben wir schon eine viel bessere Zeit als mitten in der Nacht. Also für mich auf jeden Fall. Also in diesem Sinne, das jetzt ganz offiziell, am Sonntag 8 Uhr, Downtime geht los. Und solange haben wir noch Zeit, so ein bisschen zu zocken, ein paar Aufgaben zu machen, wenn ihr da nochmal die eine oder andere Idee braucht, haut gerne nochmal hier irgendwie das Video von mir an. Dazu hatte ich letztens eins gemacht, kann ich auch gerne nochmal verlinken. Und dann sind wir mal weiterhin gespannt auf den einen oder anderen Teaser, der vielleicht noch folgt. Keine Ahnung, wenn was kommt, ich lade es hoch. Insofern würde ich sagen, jetzt erstmal weiterhin viel Spaß. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.